Royaler Besuch, GFL-Bowl-MVP Jalen Henderson im Gespräch. GFL-Legende verstärkt Invaders Star-Running-Back, wird Coach in Hildesheim. Und die Bravos-Shopping-Tour geht weiter. Das und noch einiges mehr jetzt in der Football-News-Zone. Herzlich willkommen zur ersten Dienstagsausgabe der Football-News-Zone. Sowohl in der GFL als auch in der ILF werden zurzeit fast stündlich Re-Signings und Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Wir haben das alles für euch mundgerecht verpackt. Los geht's mit der Football-News-Zone. Back-to-Back-Champion. Die Potsdam Royals konnten im packenden GFL-Bowl zum zweiten Mal in Folge den Titel in Deutschlands höchster Spielklasse holen. Beide Male war Quarterback Jalen Henderson der MVP des Endspiels. Der geschätzte Kollege Longbowl hatte den US-Amerikaner in seinem Podcast The Football Cave zu Gast. Hier einige Auszüge zusammengefasst von Dirk Pennekamp. Mit 14 Läufen konnte Jalen Henderson im GFL-Bowl 94 Yards und drei Touchdowns erzielen. Der Texaner krönte mit dieser Leistung eine herausragende Saison bei den Potsdam Royals. Henderson selbst bleibt jedoch bescheiden. Dass wir das zweimal geschafft haben, ist logischerweise nicht nur mein Verdienst. Das hätte ich nicht alleine geschafft. Es fühlt sich aber toll an, macht mich auch hungrig auf mehr und sagt mir aber auch, dass ich noch sehr viel mehr im Tank habe. Ich habe einfach Spaß am Gewinnen und alles, was ich jetzt möchte, ist noch ein Titel gewinnen. Ich will es nochmal machen. Football, das liegt dem 27-Jährigen im Blut. Als Texaner hatte er aber auch kaum eine andere Wahl. Weißt du, wo ich herkomme aus Houston, Texas und im gesamten Staat Texas, die gesamte Kultur dort ist auf American Football ausgerichtet. Ich meine, wo auch immer man in einer Highschool ist und zu einem Highschool-Footballspiel geht, dann sind da ca. 10.000 Fans, um ein Highschool-Footballspiel anzuschauen. Das ist dem Staat Texas sehr, sehr beliebt. Und da das so beliebt ist, fangen die Spieler in sehr jungem Alter an. Also ich habe mit fünf Jahren begonnen. Klar, gerade die Fans der Potsdam Royals wollen wissen, wo spielt Jalen Henderson 2025? Nun, im Moment habe ich noch nicht wirklich mit vielen Leuten über Vertrag oder so gesprochen. Also es liegt noch alles in der Luft. Ich bin da offen. Aber ich hoffe, dass, wo ich auch sein werde, dass wir wieder einen Titel gewinnen können. Also Deutschland würde sich anbieten. Immerhin hat Jalen schon ein recht interessantes deutsches Lieblingswort. Mein deutsches Lieblingswort, pfuh, davon habe ich einige. Ein Wort mag ich wirklich. Ich mag das Wort Aufstauern. Okay, auf jeden Fall seinen Coaches wird dieses deutsche Lieblingswort ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Den gesamten Podcast The Football Cave bei Longbow, die aktuelle Folge mit Jalen Henderson und alle vorherigen findet ihr auf Spotify. Die Berlin Rebels haben eine erste Personalie für die kommende Saison bekannt gegeben. 28 Jahre Coaching-Erfahrung, unter anderem 16 Jahre für die deutsche Nationalmannschaft und mittlerweile über 10 Jahre bei den Berlin Rebels bleiben den Charlottenburgern erhalten. Dohan Oestinscher gehört seit 2012 zu den Rebels. Oestinscher ist der Sportdirektor und General Manager des Vereins und wurde nun auch für die Saison 2025 bei den Berlinern bestätigt. Fünf Rebels-Teams verlassen sich auf seine Expertise im Bereich Coaching und Recruiting. Hinter nahezu allen sportlichen Entscheidungen kann man die Handschrift von Coach Dohan erkennen. Als Sportdirektor will er weiter daran arbeiten, den Hauptstadtverein voranzubringen. Die Düsseldorf Panther sind in der kommenden Saison zurück in der GFL. Mit Hochdruck arbeitet Head Coach JC Krieg am Raster für 2025. Moritz Fitzek mit einer Bestandsaufnahme. Die Düsseldorf Panther sind momentan der aktivste GFL-Verein auf Social Media. Der Aufsteiger hat bereits 20 Spieler vorgestellt. Darunter auch vier Spieler, die zuletzt in der European League of Football bei den Cologne Centurions gespielt haben. Mit Marvin Londelius und Luca Schnabel schließen sich zwei Linebacker den Düsseldorfern an, die vergangene Saison zusammen 40 Tackles für die Centurions Defensive beigesteuert haben. Mit Offensive-Lineman Joel Plum und Tight End Christopher Kähler kommen noch zwei weitere ILF-Athleten für den Angriff. Erfahrungen, die für die Panther essentiell wichtig sind, um im deutschen Oberhaus bestehen zu können. Ebenfalls ILF-Erfahrung hat der vor kurzem verlängerte Noah Kölling, der 2022 bei Rheinfeier unter Vertrag stand. Seit vergangener Saison ist auch er ein Panther. Also ich bin zu den Pantern zurückgekehrt, weil mir das Konzept von Allen und JC sehr gut gefällt. Ich habe mich in Düsseldorf, als ich zurückgekehrt bin, direkt wieder heimisch gefühlt. Der Verein hat mich super aufgenommen. Ich habe lange nicht mehr diesen Spaß beim Football gehabt und deshalb gab es für mich eigentlich keine Alternative dieses Jahr. Und ich habe mich eigentlich direkt zum Season End wieder zu den Pantern committed und freue mich auf die nächste Season. In der vergangenen Saison hatte Kölling wenig Einsatzzeit. Unter anderem waren Verletzungen der Grund. Ich bin leider erst kurzfristig zu den Pantern gestoßen, konnte mich dann relativ schnell ins Team implementieren. Genau, dann habe ich mich leider oder habe mir leider vor unserem Spiel gegen Lübeck in Lübeck eine Lungenentzündung zugezogen, die mir dann relativ zugesetzt hat und konnte dann erst gegen Cottbus bei unserem Heimspiel zurückkehren. Da wurde ich noch geschont, da wurde ausgetestet, wie fit ich bin, ob alles wieder geht und wie weit ich gehen kann, wo meine Grenzen liegen. Und habe dann im Spiel gegen Oldenburg zu Hause mir einen Bänderriss im Fuß zugezogen, der mich dann für den Rest der Season ausgesetzt hat. 2025 kann der 23-jährige Running Back ein wichtiger Faktor für die Düsseldorfer sein. Aber auch er weiß, dass die erste Liga eine andere Hausnummer ist. Ich glaube, nächste Season wird auf jeden Fall deutlich schneller sein vom Gamespeed her. Da werden wir uns auch erstmal dran gewöhnen müssen. Ich glaube aber, JC und Alan werden uns da auf jeden Fall die richtigen Mittel im Training geben, dass wir uns da so schnell wie möglich anpassen können. Headcoach JC Krieg erzählte Football gegenüber, dass der Klassenerhalt nur das minimale Ziel sei. Er will weitaus mehr, genau wie Noah Kölling. Ich denke auf jeden Fall, wir werden oben in der Tabelle mitspielen. Wir haben dieses Jahr schon bewiesen, dass wir auf jeden Fall in stark umkämpften Spielen am Ende als Sieger rauskommen, in der Crunch Time performen können. Daher denke ich, werden wir auf jeden Fall im Playoff-Runch starten. Die Düsseldorf Panther sind das älteste Team in Europa. Die New Yorker Lions, der deutsche Rekordchampion. Ein Duell, auf das sich besonders der Running Back freut. Das war damals, als ich in der Jugend gespielt habe, so das Team to Beat in Deutschland. Klar, es hat alles ein bisschen geschifftet, aber das war so als Jugendspieler der Traum, auf jeden Fall mal gegen Braunschweig zu performen. Und Braunschweig hat auf jeden Fall auch die letzten Jahre bewiesen, dass sie zu den Top-Teams in Deutschland gehören. Sie wollen oben mitspielen. Teams wie die New Yorker Lions, Potsdam Royals oder auch Dresden Monarchs sind aber große Brocken, die zukünftig auf dem Spielplan stehen. All diese Vereine haben ein eingespieltes Team mit Bundesliga-Erfahrung und individuell starken Athleten, die sich in den Statistikbüchern verewigten. Da will auch Kölling hin. Ich will auf jeden Fall zu den Top-5 Running Backs oder Scrimmage Yards gehören. Auch wenn ich weiß, dass in der GFL 1 auf jeden Fall Top-Running Backs performen und natürlich auch Top-Defenses existieren, denke ich, ich kann da auf jeden Fall zeigen, dass ich oben mitspielen kann. Und ich freue mich einfach mit den Pantern am Ende der Season darauf zurückblicken zu können, was wir erreicht haben in zwei Seasons. Und wir werden sehen, wo es endet. Ich kann nur sagen, seid gewarnt vor uns. Und wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die Season und können es gar nicht abwarten, wieder auf dem Feld zu stehen. Die Düsseldorf Panther. Ein Team mit Tradition und hohen Zielen, das 2025 auf ein gefestigtes Team gespickt mit neuen Spielern aus der ILF und der eigenen Jugend zugreifen kann. In den nächsten Tagen werden die Panther gewiss weitere Verpflichtungen bekannt geben. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, kurz verschnaufen, die Folge liken und den Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, wie es geht. Und auf football.eu findet ihr alle News aus GFL und ILF nochmal zum Nachlesen zusammengefasst. Die Hildesheim Invaders haben einen sehr bekannten Namen zu ihrem Coaching-Staff hinzugefügt. David McCanns wird die Invaders als Running Back sowie Strength & Conditioning Coach unterstützen. McCanns ist ein guter Bekannter im deutschen American Football. 2009 wurde der aus Alabama stammende McCanns deutscher Meister mit dem Berlin-Adler. Aber das war nur einer seiner vielen Titel. Ab 2013 spielte der Running Back für die New Yorker Lions und konnte dort insgesamt fünf Titel in der GFL feiern. 2022 versuchte sich McCanns erstmals als Coach und zwar bei den Leipzig Kings in der ILF. Nun also der endgültige Schritt an die Seitenlinie hilde Simon Vaders Headcoach. Gerrit Meister freut sich über die prominente Verstärkung. Coach Stäben und ich kennen uns schon lange Zeit. Erst haben wir gegeneinander gespielt, dann haben wir sehr erfolgreich miteinander gespielt und dann haben wir gemeinsam auch zusammen gecoacht bereits. Dadurch, dass ich ihn schon so lange kenne und weiß, wie er arbeitet, bin ich froh, dass ich ihn für das Team gewinnen konnte. Er bringt eine ganz neue Qualität mit ins Spiel, ist ein sehr intensiver Coach und aktiv und detailliert. Und genau das ist das, was wir brauchen. Schlussendlich gehe ich fest davon aus, dass er meiner Mannschaft im Strength and Conditioning und im Running Back Bereich viel weiterhelfen wird. Im letzten Jahr habe ich ihn bereits exklusiv für die Offensive Line genutzt. Und ja, der Erfolg, den wir mit der Offensive Line und dem Running Game hatten, zeigte auch ein bisschen die Früchte von der Arbeit von David McCanns. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass er mit an Bord ist. Die Madrid Bravos sind bislang the most sexy Franchise in dieser Offseason. Nachdem man sich Andrew Weidinger als Headcoach geschnappt hat, folgt der NFL-Quarterback Reed Sinnett. Aber es geht weiter. Man hat das Gefühl, wenn eine Madrider-Nummer am Telefon aufleuchtet, gehen die europäischen Top-Talente auf jeden Fall ran. Madrid zählt zu den größten Metropolen Europas. Auch auf sportlicher Ebene ist die spanische Hauptstadt in Europa eine Macht. Die Fußballclubs Real und Atletico sind weltweit bekannt und auch im Basketball spielen Teams aus Madrid international an der Spitze. Im Bereich American Football war das bislang nicht der Fall. Das änderte sich 2024 schlagartig, als die Madrid Bravos in der European League of Football an den Start gingen. Mit dem Sieg über Rheinfeier setzten die Matrilenen ein erstes großes Ausrufezeichen. Als neu gegründetes Franchise schaffen sie es direkt in die Playoffs und waren somit das Überraschungsteam 2024. Dass dieser Erfolg in der vergangenen Saison mehr als nur Glück war, wollen die Verantwortlichen allen beweisen und setzen für 2025 ein Statement. Der Back-to-Back-Meisterschaftsstrategie Andrew Weidinger wurde für die kommende Saison als Headcoach verpflichtet. Das Signing von NFL-Quarterback Reed Sinnett kommt schon einer Kampfansage gleich. Einen Athleten dieser Größenordnung durfte der europäische Footballmarkt bislang nicht erleben. Das sieht auch sein neuer Headcoach so. Und hey, wir sollten nicht vergessen, der Junge war an der Seitenlinie für ein NFL-Team. Er war im Active Roster für NFL-Spiele. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Quarterback in unserer Liga hatten, der das von sich behaupten kann. Mit ihm kommt ein einzigartiges Talent und wir können es nicht erwarten, mit ihm loszulegen. Doch ein NFL-Quarterback und ein Championship-Coach garantieren noch lange keinen Erfolg. Der Kader muss gut durchdacht sein. Die ersten Veröffentlichungen für 2025 gaben die Madrid-Bravos bereits bekannt. Den Anfang machten die Carrasco-Brüder. Linebacker Javier und Offensive-Lineman Carlos kehren zurück mit dem Ziel Finale in Stuttgart. Gabriel Rodriguez und Celestine Ngimbi haben verlängert und ergänzten die Offensive-Line 2025. Um den NFL-erfernen Quarterback Reed Sinnett bestmöglich zu schützen, verpflichteten die Bravos vom GFL-Bowl-Champion Potsdam Royals O-Liner Brandon Oswin. Für die Verteidigung haben die Spanier Daniel Lopez Garcia, Sebastian Bowen und Iago Rivero verlängert. Die Wiederverpflichtung des 24-jährigen Homegrown Running Back Eduardo Molina-Belma, der 2024 insgesamt 701 Rushing Yards und 8 Touchdowns beisteuerte, ist das bisherige I-Töpfelchen. Dass diese Athleten nur der Anfang sein dürften, sollte jedem klar sein. Das große Signing für 2025 hat jetzt erst begonnen. Breaking News präsentiert vom Erdinger Brauhaus. Assistant Defensive Coordinator und Linebacker Coach Tevin Hanley verlässt die Hamburg Sea Devils. Dies gab der 32-jährige US-Amerikaner vergangene Woche über Instagram bekannt. Hanley stand 2021 noch beim ILF All-Star Game für die US-Auswahl auf dem Platz, bevor er 2023 bei den Sea Devils Coach wurde. In seinem Statement bedankte er sich bei dem hansiatischen Franchise und freut sich jetzt den nächsten Schritt gehen zu können. Die Panthers Voslav haben eine weitere Verstärkung für ihre Defense bekannt gegeben. Der dänisch-serbische Cornerback Milos Illic wird in der kommenden Saison für das polnische Franchise auf dem Platz stehen. Der 23-Jährige kommt von den New Yorker Lions in die ELF. In der abgelaufenen Spielzeit kam Illic auf 41 Tackle und eine Interception für die Lions. Schaut mal, meiner Meinung nach das schönste Base-Cap der ELF. Aber das wird bald ein Sammlerstück sein, denn die Fäheschwa & Thronas gehen in die nächste Spielzeit mit einem neuen Look. Wie das Franchise bekannt gegeben hat, gibt es ein überarbeitetes Logo. In einer Mitteilung hieß es weiter, man hoffe, dass die Fans das neue Logo annehmen werden. Es sei eine Weiterentwicklung der hervorragenden Vorleistungen des Teams. Und das ist übrigens ebenfalls ein neues ELF-Logo. Nein, keine weitere Variante der Entthronas, sondern das neue Logo des Hauptstadt-Franchises Berlin Thunder. Ja, kein Spaß. Was haltet ihr vom neuen Look? Eure Meinung ist gefragt wie immer. Gebt euren Senf dazu in den Kommentaren ab. Das war's mit der ersten Dienstagsausgabe der Football News Zone. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Unsere nächste Verabredung, Freitag, 18 Uhr. Bis dahin, tschüss und bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020